Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde hier bei Stronghold Crusader 2 in den Scharmützelzügen und wir sind hier immer noch in unserem Inselparadies. Wir haben die Ratte das letzte Mal schon hier oben geschlagen, konnten dementsprechend neue wirtschaftliche Fläche irgendwie erarbeiten, stellen auch schon eine Armee auf, die dann hier von Norden aus den Sultan angreifen soll, diesen orangenen Sultan hier und ich würde sagen wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Wir haben uns ein bisschen stabilisiert, wir haben uns hier viele Kerzenmacher gebaut, setzen also aktuell voll auf Religion, wobei das auch schon wieder nicht ganz so gut aussieht, muss ich jetzt mal ganz kurz hier sagen. Jetzt wird es wieder gehen, aber der Nahrungskonsum zum Beispiel ist ein Problem, daher bin ich jetzt auf die Getreidelieferung von hier oben angewiesen und die bauen wir auch schön aus. Ja, ich habe jetzt hier auch schon angefangen... Ja, also und wir müssen uns vom Süden her immer wieder größere Störangriffe erwehren, das ist alles andere als entspannt. So, wir setzen auf jeden Fall mal hier weitere Truppen ein, Armbrustschützen sind der Key, vor allem gegen den Kollegen hier mit den arabischen Schwertkämpfern. Einen Sultan wird das ein bisschen kredischer. Tja, schauen wir einfach mal was wir machen können. Ah, ich erinnere mich das Problem hier mit dem blöden Trivok. Ich weiß jetzt auch nicht wie ich den auflösen kann, ne? Nein. Stopp! Ich habe keine Ahnung wie ich den auflösen kann, ehrlich gesagt. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Wald fertig bauen. So, dann kommt da niemand durch. Schießt du auf das Ding, oder? Okay. Haben wir jetzt. Ja, weil die Getreidelieferungen hier vorne, sag ich mal, die sind so unsicher. Das wird schwierig werden und wenn ich dann im Hinterland dafür ein bisschen mehr Getreide dafür holen kann, dann kann ich die Nahrungsproduktion halt vielleicht auch besser sichern oder sicherstellen, was wir sagen. Okay. Gut. Und ja, wir sammeln weiter die Truppen. Was wollen wir auch sonst anderes tun? Geld habe ich eigentlich genug. Daran sollte es jetzt nicht scheitern. Was habe ich denn hier aktuell schon? Ah, so ein bisschen Kleinkram. Ja, kommen die ganzen Schwertkämpfer und Pflanzenträger. Nehmen wir da jetzt einfach mal mit. Lassen hier immer so eine kleine Wache mehr oder weniger zurück. Genau. Und holen uns, das wäre jetzt so das Ziel für diese Folge auf jeden Fall, holen uns hier den Charme. Damit wir dann quasi auch hier den Norden so ein bisschen gesichert haben und uns da nicht so viel in die Parade fährt. Und dann geht es weiter hier hinten zur Sultanine. Ehm, Moment ist es auch ein Char. Entschuldigung. Da würden wir dann quasi hier so weiter ziehen nach Westen und nach Süden. Kreisen wir dann von hier oben an. Das ist der Plan. Dann geht es hier weiter zur Ratte hier runter. Wenn wir die erledigt haben, geht es dann hier unten lang. Und dann greifen wir diese Ratte an. Die wird quasi das finale Ziel werden. Aber die plane ich dann von zwei Seiten anzugreifen. Einmal vom Norden und einmal vom Westen her. Das ist jetzt so die Theorie. Ja, ob das jetzt dann auch so großartig umsetzbar ist in der Praxis. Das wird sich zeigen. Ja, das werden wir mal sehen. So ein... Braucht ihr etwas? Den kann ich übrigens fahren. Hatte ich hier hinten was abgerissen noch in der letzten Folge? Ich bin mir grad gar nicht so sicher ehrlich gesagt. Warum heißt der zu Dienst? Eine Nachricht vom Schaf. Vorwärts meine edlen Krieger. Tut, was ihr tun müsst. Boah, Alter, wie die sterben, ey. Junge. Das ist einfach ein Massengrab. Ein Massengrab. Und vielleicht sogar noch hergehen. Sogar noch eine Balliste da aufstellen. Okay. Jetzt habe ich Bock auf Kriegsgerät. Brauchen wir etwas? Baumeisterabteilung zieht los. Schilde haben wir auch schon. Das ist sehr, sehr gut. Euer Gnaden. Achtung. Ich denke, wir kriegen das auch so hin jetzt mit dem, was wir jetzt haben. Aber ich habe irgendwie Bock, das einzuschießen, ist das meine. Ja. Das reicht völlig. Mh, da kommt jetzt eine ganz schöne Truppe. Ich komme nicht bis jetzt. Das ist ja wohl... Wir werden angegriffen. Bewegen uns. Ich erwarte euren Befehl. Folgt der Standarte. Bereit, Sir. Wie lautet der Plan? Wir sind einsatzbereit. Baumeisterabteilung zieht los. Für den Sieg. Euer Gnage. Kleine Felsschlacht, wenn man so will. Die arabischen Bogenschützer haben eine größere Reichweite aus meiner Armbrustschützen. Das hat ein Problem. Aber dafür können wir ja nachlegen. Hört auf mit dem Wehmann-Bauer. Ihr und eure Friedenssatz und Daten solltet euch lieber für den Wiedersatz. Dass er das nicht treffen würde. Hm. Eine Nachricht vom Schaar. Ach, das Gefieder des Pfaus bedarf Aufmerksamkeit. Unverzüglich. Sir. Sir. Ja, Sir. Armbrüster, vorwärts! Hier geht einfach mal ran. Lenkt mal das oder zieht mal das Feuer auf euch. Bereits, Sir. Ein Auf. Truppen der Ratte greifen an. Wie lautet der Plan? Kalkulieren. Kommen wir über WM denn jetzt einfach. Was soll passieren? Der Turm ist schon gecleatet hier. Alles super. Der schlägt echt mit seiner Armbrust auf den einen. Hehehe. Eine Nachricht vom Schaar. Im Karabies regnet es. Und meine Füße werden nass. Weißt du, ein Throne Crusader hatten sie ja wenigstens noch ein Messer oder so, dann Throne 1. Aber hier kämpfen sie echt mit der blöden Armbrust. Hatten die das nicht mal so gepatcht, dass die wenigstens ne Spitzhacke haben, bevor die irgendwelche Mauern oder so angreifen? Doch haben sie. Die Schwertkämpfer haben eine Spitzhacke, die pieken nicht komisch. Also wunderschön will ich die jetzt tatsächlich nicht bezeichnen. Das ist eine kleine Burg, aber wunderschön. I don't know. Ja, mit diesen Standartenträgern geht schon einiges besser. Okay. Dann kämen wir vielleicht sogar zwei KI-Lords gekillt in der Runde. Ich baue Lanzen. Warum baue ich Lanzen? Egal. Nehmt die Angröste hoch. Hunde. Ja, Fire. Bereit. Prüf die Waffen. Alter, kriegt ihr das nicht hin, den zu killen oder was? Was ist da los? Braucht ihr etwas? Oh nein, jetzt rennen die außen rum. Ich flippe aus. Das ist ja ein riesen Problem. Werdet ihr uns brauchen? Was sagt ihr, Marlon? Für die Krone. Was ist das denn für ein cooles? Achso, das ist eine Apotheke wahrscheinlich, ne? Wie das Licht in den Lord zu killen? Oh, das hat ja ewig gedauert. Das hat ja wirklich ewig gedauert. Oh Leute, ne? Es ist schon wieder so warm, ey. In einer Stunde werdet ihr tot sein. Zack, zack. Es ist schon so warm geworden, wieder. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diesen Sommer. Da muss ich ganz klar konsternierend festhalten. So, und die Armee marschiert. Und nimmt sich jetzt die Sultanine vor. Boah ey, diese Bogenschützen, diese Arabischen. Junge, wie krass die einfach sind. Wie weit die schießen können. Das ist ja echt heftig. Da muss ich ja einen Sturmangriff machen. Da habe ich ja gar keine andere Wahl. Wahnsinn. Auf euren Befehl. Männer an die Waffen. Okay, versuche die mal da aufzuhalten. So in der Zwischenzeit kriege ich das hier alles abgewehrt. Man braucht eben halt nur genug Armbrustschützen. Dann geht das alles schon. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Die Schlacht erwartet uns. Genau nach Plan. Eine Nachricht der Ratte. Mir wurde gesagt, dass es ein sicherer Sieg sei. Wie kann das sein? Wenn ich mal mitgekriegt, das ist ja eine Gefahr. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man so viele Armbrustschützen hat. Also auf den Türmen meine ich jetzt. So den Turm dürfte der wohl erreichen, oder? Solltest zugänglich machen. Neue Befehle. Euer Gnaden. Kalkulieren. Die schaffen das echtes Ding zu zerstören, wie geil. Dank der Hilfe der Armbrustschützen hat. Richtig gut. Den Schakringer aufplattet. Ich weiß nicht, Lila verbinde ich immer mit der Sultanine. Was ich auch mal geil finde, bei den arabischen Lotz. Sie haben ja alle unterschiedliche Rückwände von den Bergfrieden. Der Schakr so ein kleines Paradies mit Teppichen und Sofas und was weiß ich nicht alles. Und bei der Sultanine hängen da glaube ich Tote rum und so. Also das sind echt coole Details teilweise. Da wurde eine Kuh abgeschossen. Warum dann eigentlich ein Ochsen? Das lässt gar nicht, was das jetzt ist. Für uns. Erwarte Befehle. Okay, aber so wie es aussieht, passt das eigentlich erstmal. Ja, zieht euch mal zurück. Okay. Ich stehe euch gut. Bist du stehst du da? So, wir bilden schon mal neue Leute aus, um die Reihen etwas aufzufüllen wieder. Also ich erwarte, dass das jetzt schnell geht. Die Trocken der Ratte greifen an. Eine Nachricht zum Schaden. Oh, was für eine Schande es ist, zu sterben. Okay, wir haben tatsächlich meine... Meine Rückseite da. Fertig gemacht. Tja, jetzt sind es nur noch die Ratten. Er will das Ding jetzt zerstören wahrscheinlich, ne? Ja, kann er sich groß fühlen jetzt. Mächtig. Ich erwarte euren Befehl. Ich denke, ich kann mal wieder Normaltempo machen. Rekruten werden benötigt, sag ja. Das Recht ist auf unserer Seite. Was machen die Armbrustschütze da einfach? Bereitet euch auf Geprügel eures Lebens vor. Man merkt, dass das Game halt noch nicht so 100% fit ist. Bereit! Achtung! Erledigt sie! Baumeister zu diensten! Los geht's! So, dann werde ich jetzt mal diese engen Stelle hier einnehmen. Dass sie da nicht mehr durchkommen können. Ich gehe das nicht verteidigt hier. Wahnsinn, okay. Damn bro, that's crazy. Ich habe es echt zerstört bekommen. Respekt. Warum gehst du denn weiter? Ich habe dir ein Feuerbefehl gegeben. Ja, manchmal ein bisschen witzig. Gut, da habe ich jetzt ein bisschen Geld verloren. Das mag sein. Aber da gibt es Schlimmeres. Ich denke, die Ratten werden jetzt eine Schau laufen. Vielleicht schaffe ich es doch noch jetzt in einer Folge tatsächlich. Bereits, Sir! Wir sind einsatzbereit! Bereit! Auf die Plätze! Das Recht ist auf unserer Seite. Eine Nachricht der Ratte. Bereitet mein Pferd für die Aspreise vor. Äh, nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ist halt auch geil. Ich habe die Belagerung noch nicht mal gestartet. Dann redet der schon von Flucht. Sympathisch. Man kann sie unterhalten. Bereit! Ja, ich denke wir machen das jetzt in der Runde hier fertig. Okay, und von der Nahrung her, das hat sich krass, ne? Aber... Alter Schwede! Wie viel Holz habe ich denn bitte? Krass! Ich habe es halt nicht auf Autoverkauf gesetzt, weil ich ja zu der Zeit letzte Aufnahme da so ein paar Einnahmeprobleme hatte. Aber Mehl können wir jetzt mal einkaufen. Die Mühlen kommen nicht ganz mit dem Mahlen hinterher. Weil ich jetzt sehr viel habe. Aber gut, das sollte sich jetzt also ein bisschen relativieren. Mal relativ ausgehen. Gut, ich warte jetzt bis die Truppe hier noch ran ist und dann schicke ich die los. Wie lautet der Plan? Ich kann nicht... Egal. Oh man, wenigstens kriege ich dann jetzt den Triebock da raus. Einen Stein für einen neuen Turm dürfte ich haben. Ist doch nur ein mittelgroßer jetzt, aber egal. Okay. Na dann füllt mal die Reihen hier auf. Bereitet euch auf die Prügel eures Lebens vor. Wir sind einsatzbereit. Eine Nachricht der Ratte. Mir wurde gesagt, dass es ein sicherer Sieg sei. Wie kann das sein? Ach so, ich musste natürlich erst mal aufbauen, ich Idiot. Ich war jetzt irgendwie gerade im Crusader Strong 2 Modus, wo die sich von alleine aufbauen, wenn man die entschickt. Hast schon wieder ganz vergessen. Oh, die Verstärkung ist doch schon schnell da. Auf unserer Seite. Ich erwarte euren Befehl. Baumeister zu Dienst. Eine schöne stabile Truppe. Ich glaube doch, brauche ich nicht mal meine Armbrustschützen hier opfern. Das werden einfach die Nahkämpfer alleine regeln. Achtung. Wir sind einsatzbereit. So. Das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Andererseits, wenn ich die jetzt einmal ausgebildet habe, die Armbrustschützen, setze ich die jetzt auch ein. Achtung. Baumeister zu Dienst. Sieher. Lautschaft. Wir kümmern uns darum. Was habe ich denn da jetzt geschossen? Kalkulieren. Boah, Junge. Wie wir jetzt alles wegrasieren. Zum Glück gibt es glaube ich nicht sowas wie Friendly Fire. Das wäre echt ein Problem. Boah, Junge. Wie das da alles wegrasiert wird. Ich mag die Tribocke. So, ich glaube ich kann die Ratte sogar mittlerweile mit den Armbrustschützen wegrasieren. Okay. Dann habe ich zugegebenermaßen jetzt etwas tief gestapelt. Jetzt ist tatsächlich diese Ratte das letzte Opfer auf meiner To-Do-Liste. So, und dann... Bilden wir noch eine zweite Armee aus und dann wird diese andere Ratte dann nochmal schön in die Zange genommen. Schön langsam. Hier gibt es tatsächlich keinen Zugangsweg. Ich frage mich wie die Ratte überhaupt überleben kann überhaupt Waffen holen kann. Ich meine, Nahrung sieht ja okay aus, aber... Wie sieht es mit Waffen aus? Ich glaube, ich muss alle Waffen kaufen. Auch interessant. So, da haben wir doch eine schöne Truppe jetzt hier. Oder nähern sich zwei Armeen. Die Ratte hat gar keine Chance. Wenn ihr sagt, wozu eine Linie bilden. Weil ich das sage. Ich muss sagen, den Bergfried feiere ich halt echt ab. Der sieht wirklich cool aus. Ich mag den. Vom Design her finde ich den echt toll. Glaube ich so ziemlich mit der Beste, den es hier gibt. Kalkulieren. Wir sind einsatzbereit. Nehmt die Armbrüste hoch. Eine Nachricht der Ratte. Bereitet man Pferd für die Abreise vor. Ähm, nur eine Wursichtsmaßnahme. Das Recht ist auf unserer Seite. Hier. Erledigt sie. Ja, das können wir jetzt schnell erledigen. Jawohl. Tatsächlich. Keine Gefangenen. Ja, dann ging das doch jetzt flottiger, zackiger, flockiger als ich dachte. Achtung. Die Verstärkung ist nicht mal notwendig, aber... Ich schicke jetzt trotzdem rein hier zum Ärger machen. Schön. Okay. Da hat sich das doch jetzt nochmal hukizuki erledigt, hat aber trotzdem einiges an Vorarbeit gekostet. Was ja auch okay ist. Da kommt das letzte Bauernaufgebot nochmal raus, was aber komplett niedergestreckt wird durch die Armbrustschützen. Ja, ja, Armbrustschützen sind schon die gute Meta. Da kann man gar nichts gegen sagen. Da bin ich mal auf die nächste Mission gespannt auf jeden Fall. Die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, was es da jetzt geben wird. Ich muss sagen, bis jetzt hat schon von Mission zu Mission der Schwierigkeitsgrad sehr gut angezogen. Also da hat man schon auf jeden Fall happige Steigerungen gespürt. Okay, ich stelle das Feuer ein, ich glaube das Ding ist jetzt eingenommen. Das halt nicht alle auf den Gegner einschlagen, das verstehe ich noch nicht so ganz, aber... Ja, das ist doch eine schöne Armee, die wir jetzt immer zum Ende haben. Könnt ihr jetzt gerne nochmal auf einem Bild sehen, aber kriege ich leider nicht rein. Gut, danke für diese Lebensweisheit. Und dann würde ich sagen, war das die Mission Inselparadies. Und die nächste Mission heißt, der König blickt herab. Okay, das wird interessant. Jetzt haben wir hier einen neuen Gegnertypen. Das erste Mal jetzt in den Scharmützelzügen. Nämlich Richard Löwenherz, ein neuer Gegner. Also, neu in Anführungszeichen. Ja, aber der wird jetzt in diesen Scharmützelzügen das erste Mal angeteasert. Und ich glaube, wir haben hier eine Stufen-Map. Ich starte ganz unten, dann kommt die Ratte auf einer mittleren Ebene und Richard ist wahrscheinlich ganz oben. Also, das verspricht auch spannend zu werden. Wir haben 2000 Gold Start und die Gegner jeweils 1500. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Für mehr Stronghold-Content lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Das ist ja so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.